Liebe Freunde, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Battlefield 1. Ich bin mit dem Basti, hallo und ja, es gab wieder eine Neuerung von DICE. Und zwar können jetzt Leute, die sich nicht Premium geholt haben, mit Freunden spielen, die aber Premium besitzen. Das bedeutet, wenn eure Freunde Premium besitzen, können sie ein Premium-Spiel starten und euch dann einladen, obwohl ihr kein Premium-Spiel besitzt. Das ist der einzige Nachteil daran, also ihr könnt halt die Flex spielen und so einen Scheiß, nur ihr sammelt halt auf solchen Maps keine Erfahrungspunkte, wenn ihr das Premium-DICE nicht besitzt. Äh, besitzt. Finde ich auf jeden Fall ziemlich geil, muss ich sagen. Also, dass selbst wenn ich jetzt zum Beispiel einen Kollegen hätte und um euch einfach mal die Map zu zeigen allein schon, wäre es ziemlich awesome eigentlich. Wenn euch mal ein Kollege einlädt und sagt, yo, alles klar, hier, Basti, hast du mal Bock mitzuzocken oder so, kannst du ja mal zeigen in der Aufnahme. Dieser, müsst ihr mir nicht mal hier Premium für holen. Finde ich ziemlich geil. Aber, ja. Aber auch so für euch generell, das ist auch gut. Und noch eine Neuerung, normalerweise, ihr kennt es ja, wenn ihr im Battlepack eine Waffe gezogen habt, könnt ihr diese Waffe verschrotten und dadurch bekommt ihr halt Schrott, um euch andere Waffenkisten zu besorgen. Ja, kann man jetzt immer noch machen, keine Panik. Aber, äh, es gibt jetzt auch nach der Runde, ich glaube, gewisse Missionen oder sowas, spiele so und so viele Runden oder mach das und das, dass es möglich ist, am Tag bis zu 100 Schrott zu bekommen. Finde ich eigentlich auch ganz cool. Das war's jetzt eigentlich mit den Neuerungen, die ich jetzt, von denen ich jetzt nur mitbekommen hab. Äh, ja. Gehen wir mal langsam ins Spiel jetzt hier über. Finde ich auf jeden Fall cool, dass, äh, ich jetzt direkt zum Anfang ein Flugzeug gekriegt hab. Da kann ich dann direkt alles dann schön entspannt erklären. Ich weiß gar nicht, welche Röpfle hier spielen. Kein Schimmer. Weil ich hab noch nichts gemacht, kann das sein. Aber das Problem ist, wenn ich jetzt aus dem Flugzeug aussteige, hab ich diese, äh, bisschen scheiß Typen. Der kann gar nix. Der kann nix, kann der, und davon ziemlich viel. Ach, auf der Map sind wir, alles klar. Ich hab' ein bisschen so vernebelt. Ich schieß mich auch nicht, ich kann mir nichts für. Hast mich. Bäm, easy, erster Kill, jetzt geht los. On a killing spree, on rampage, on fire, alles direkt gleichzeitig mit. Niiiiooow. Hallo? Schwester. Nicht? Schade. Ich hätte gedacht. Ach, ein Flugzeug schießt auf mich. Ich dachte schon. Naja. Wir sollen uns ja jetzt nicht so großartig steuern, aber in dem Nebel hier Flugzeug zu fliegen ist ganz schön scheiße. Du siehst ja mal gar nix. Ach, vom Weißen, hier. Ui. Oh, nöööö. Bail out, bail out. Oh. Da saß er drin. Auch nicht schlecht. Okay. Auf dem... Ihr seht es schon, er hat Bock. Also, gehen wir mal das gleiche über. In dem Nebel müssen wir auf kurze Entfernung agieren. Da ist das halt... Da kannst du kein Sniper spielen. Ich weiß. Ich habe in der vorherigen Runde ein bisschen den Sniper auch gelevelt. Habe ich leider noch nicht aufgenommen, weil die Runde fast vorbei war. Aber jetzt, meine Damen und Herren. Wird es Zeit, ein bisschen mal mit der Hellriegel zu spielen. Habe ich ja noch grad nie gemacht. Großartig. Ich habe einfach nie die Waffe... Also, den Typ auf Level 10 gemacht. Dann hat es ja früher schon erledigt gehabt. Oh, shit. Ich habe ja den Anti-Anti-Tank-Einheit. Da muss ich mich erstmal wieder dran gewöhnen. Wo ist denn der Tank jetzt? Da. Ach, Mann. Ich stehe an der Mauer und warte, bis einer kommt. Penner. Jetzt hat er sich meinen DE gesnackt. Ja, ich bin es. Der Mann mit dem unendlichen Magazin. Boah, 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 was machst du denn da? Oh mein Gott. Ah, Typ. Typ. Medic. 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 Okay, das war's. Okay, das war's. Den Medic hat's umgehauen. Schade. Idiot-Driver. Da-da-da-da. Okay, ab nach dir, Jungs. Ich hab' mal auf, den im Haus zu capen. Boah, alter. We are losing objective, Edmund. We are losing objective, Edmund. We are losing objective, Edmund. The attack of the objective, the first defense. Denk gegen die objective. Oh. Oh, doch, hat gepasst. Easy. Pro-Granatenwerfer-Skills und so. Best player EU. EU West. Medic. 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 Okay. Holy shit. Da wird die Wand eingerissen. Uh, ha. Wo steht der denn? Da. Holy schmitt. So. E. E. Ach, Mann, ich war drauf. 10 HP hatte der noch. Schade, das ärgert mich. Kann man sich vielleicht vorstellen. Ja gut, Counts as Kill, alles klar. 7-4 ist jetzt auch nicht gerade so yellow from Zack. 7-5 jetzt natürlich. Ähm, aber wir müssen ja fürs Team spielen. Natürlich, wie es sich auch gehört. Die sind auch alle tot. Würde ich gerne. Die holen sich B, die Schweine. Die Schweine holen sich mein B. Mach's zu fällig. Das war schon ganz schön nubig. Schafft aber glaube ich nicht, oder? Doch. Ach, schade. Da hat mich die Wand geblockt. Fuck. Alter, RSC 1917 Factory. Was ist das denn für ein Teil? Objektiv lost. Objektiv lost. Shit. Erstmal der einnehmen, das ist wichtiger. Und danach ins Gefecht. Ah, scheiße. Mit der Debris haben sie einen da weggeholt. Komm schon. Jo, danke. Sieben HP. Nein. Das kann nicht sein. Wieso? Wieso? Okay. Flugzeug-Action. Boah, Leute. Auch übrigens nicht mehr lange. Dann erscheint Outlast. Alter Schwede. Das wird eine Geburt. Zoom. Der braucht den schon. Zoom, ey, bitte. Ey, lass mal drehen. We have taken Objective Edward. Uuuuuh. Yes, I hope you're back then. Wup. Holy shit. We have lost Objective Duff. Nioooow. Wow. Piderast. Gandon-Nazis- Be. Und so'n Scheiß. Let's race it. Boah, einen anderen Anflugwinkel. Und zwar... Dies. Das kann nicht sein. Ich fliege. Okay, weißt du was? Ich werde jetzt was ganz abenteuerliches machen. Ich werde beschossen. Ich möchte das nicht. Holy shit. Scheiße. Venice. Fuck. Schade. Schade. Shit. Kack. Und so. Bisschen Tourette ausleben lassen hier. Boah, Leute. Wir verlieren Punkte. Was ist das denn? Wir können doch nicht einfach so eine Schlacht so hinschmeißen. Menes. Wir müssen kämpfen. Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut. Wo ist der Typ? Stell dich mir, du Wurst. Nein, das kann nicht wahr sein. Mann, ey. Boah, geht mir das jetzt schon wieder auf den Geist. Da hau ich den mit der... Das kann doch nicht sein, dass die... Nur wegen der Feuerratze, dass man so einen Nachteil hat. Ihr habt doch Bums, die Hellriegel. Boah, das zackt richtig gerade. Das zackt richtig. Acht, neun, ey. Was ist hier los? Erstmal orientieren hier. Wo muss ich denn hin? Da ist, ey. Erstmal C hier mit Kieren. Oh, da ist er. Hey. We are losing objective, Charlie. Ich kotz ab, ey. Ey, Jungs. C steht unter Beschuss und euch fällt nix anderes... Hinter uns, ich... Boah, die Spawns. Boah, ich muss gleich mal Fetz dazu machen hier. Scheiß die Wand an. Okay. Ruhig bleiben. Wir machen das. Auf jeden Fall. Keine Panik, Freunde. Keine Panik. Vor allem, mein Team macht auch nix. Das ist irgendwie tot. Keine Ahnung. Oh, den Feind. Ey, weißt du was? Das Pferd, das hätt gar nicht mehr da sein dürfen. Level 110. Mann, ey. Boah, ich jetzt langsam... Langsam bekomm ich schlechte Laune, ey. Weil mein Team, ne... Macht gar nix. Was? Ach, komm, ey. Okay. Voll... Ja, da verlassen sie schon reihenweise das Team. Echt, jetzt? Was? Beilaut! Was? Oh, das war mal da richtig bad. Du magst das, B***h? Voll nice. Ah, ich mag solche Leute. Ah, ich möchte eigentlich nicht wiederholen, wenn dann was schade für den Weg. Komm, lass mir die Punkte. Da liegen die, aber du bist so Nubis, das kann ich los sein. Ah, das macht mich so traurig. Boah, Leute, was ist denn da los? Oh, heute ist irgendwie nicht so, ne? Kann das sein? Muss am Wetter liegen. Kann ich mir anders nicht erklären. Ey, du steigst aus und kriegst direkt einen Headshot. Was ist denn da los? Genau, fahr da hin. Rotz den weg. Boah, Alter. So, F*** you, ey. Da ist er. Wir stehen immer noch unter hartem Beschuss, mein Freund. Da ist er. Fahrt zurück. Da hörst du echt nur, wie die Schrauben rasseln. Es sah anfangs wirklich gut aus. Oh nein, da kommt ein... Oh nein, da kommt ein... Okay, der Tank ist weg. Das ist natürlich... Dumm. Oh nein, der Tank ist noch da. Und ich leg mich auch noch genau vor ihn. Boah, jetzt fiel ich aber auch richtig rein. Jetzt fiel ich richtig rein. Das gibt's doch gar nicht. Wie kann man... Warum? Spiel ist kaputt. Wir haben objektiv... Und warum die objektiv... Boah, ich will grad so rumschreien. Ich muss mich jetzt echt ein bisschen zurückhalten. Das Fenster ist auf und... Direkt am Haus des Spielplatzes. Ja! Hau ihn! Mach ihn Platz! Jawohl! Jawohl, dankeschön. Bester Teammate ever. Best Teamplayer EU West. Unendliches Magazin. Ja! Ich seh dich durch die Wand. Schade. Schokolade. Wow! Wow! Ups. Das versteh ich nicht. Es wurde nicht mehr... Der Typ wurde nicht mehr rundumkreist. Äh, rundumkreist, rundumkreist, dass er unter Beschuss stand. Und jetzt spawnst du da und kriegst direkt von irgendwelchen Leuten auf den Sack. Das kann doch nie sein. Ich hab mein Aim irgendwie zu Hause gelassen. Ich bin's ja... Beim Frühstück gelassen. Oh, shit. Ach, das war's. Alles klar. Gut, die Runde war jetzt irgendwie nicht so gut. Lack an meinem Skill. Tut mir leid. Egal, wir versuchen es auf jeden Fall das nächste Mal besser hinzukriegen. Das kann ja wohl nie angehen, so. Ich bedanke mich auf jeden Fall rechtzeitig für's Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß und sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.